Yo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rocket League. Ähm, ja, los geht's. Wie wär's, wenn man zum Ball fährst? Ich dachte, der kommt zu mir. Äh, nö. Letzte Runde lief ja eigentlich gar nicht so schlecht. Zumindest das erste Spiel von denen. Du hast weiter an der 4-5 verloren, oder? Ja, das war ziemlich knapp. War's 4-5, oder 3-5? Irgendwie sowas, ist ja auch egal. Oh, Mittelfeldpass. Der kommt. Jawohl, schönes Ding, schönes Ding. Ja, mit viel Glück, ne. Geht der noch rein. Der wäre vorher auch reingegangen. Okay, soll ich fahren? Ja, fahr du. Warte vorne. Ja. Ja. Das kann was werden. Komm schon. Jawohl. Jawohl. 2-0. Ist da drinne, ist da drinne. Soll ich fahren? Ja. Okay. Oh, oh. Ja. Gar kein Problem. Fuck. Okay, ist weg. Jetzt nach vorne. Nein, ich hab verfehlt. Okay, hab ich. Ja. Mehr oder weniger. Kannst du einmal hintertreten? Nee, nee. Oh, dieser Asi. Okay, weiter geht's. Oh, da kommt ihr in der Mitte. Pass auf. Warum springt der denn immer so hoch? Oh, was ist das denn? Die bekommen den auch nicht rein. Okay, jetzt. Konter, danke schön. Hey, hallo. Mann. Ist das dein Ernst? Ja, was fährst du denn nicht? Ja, wie soll ich denn im Rückwärtsgang schneller fahren als du vorwärts? Mach ihn rein, los. Hol ihn dir, hol ihn dir. Ja, 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 ja. Oh, Posten. Posten. Oh, Mann. Ich fahr. Der Ball ist noch heiß. Lass mich uns ja verteidigen. So. Schön. Nach vorne, das Ding. So, jetzt kommt er wieder in die Mitte. Der ist drin. Geht da rein, geht da. Der geht rein. Jawohl, da ist das 3-0. So muss das jedes Spiel laufen. Ja, schön. So, ich fahr. Ich fahr. Okay, du fährst. Alles klar. Ich hab hinten. Okay. Der kommt zu dir. Ja, ich lass mir an der Wand kurz wegspringen. Ja, das ist... Der ist vorne, der ist vorne, der ist vorne. Der Ball in die Mitte. Kannst du ihn machen. Oh. Ja, sehr gut. Aber ey, wenn er in den Ring gegangen wäre, das wäre ein Traumtor. Ja. Wäre es. Fuck. So hoch. Wieder so hoch. Ich auch nochmal. Äh, bekommst du den? Kommt der in die Mitte? Ja. Ich war es hier gerade. Mehr schlecht als recht, aber er kommt. Ja, jetzt. Jetzt machen wir es in den Silber rein. Ist das gut? Sehr gut, Jungs. Ich bin einfach über den Ball gesprungen. Hätte ich nur rausspielen müssen. Ja, der haut noch nochmal rein. Geht vor du. Sehr gut. Ich fahre, alles klar. Ja, den hab ich. Nicht. Da kam der andere. Hab ich. Ah, nein. Nur leicht. Ah, ich bin auch mal in den gesprungen. Was denn? Geht vor du mal nach vorne. Oh, da hat er mir den Ball vom Fuß genommen. Oder von der Haube her gesagt. Ho, ho, ho. Von der Haube. Der war gut. Nicht. Ah, der kommt. Ja, der ist. Ja, da ist der Ball. So was, mach ein Tor, Junge. Mach ein Tor. Warte. Jetzt für dich. Der nickt doch so gut. Jawohl. Das war ein schönes Ding. Das war ein schönes Ding. Das war richtig geil ausgespielt. Das gucken wir uns nochmal an. Hattrick. Und zack und rein. Jawohl. Das war gut. Das war gut. Nice. Eine Minute noch auf dem Tacho. Sollten wir eigentlich gewonnen haben. Wenn es sich noch zu viel Scheiße passiert. Ja, warte. Der kommt. Mach. Oh, nee. Warte, der ist noch. Der ist noch. Der ist noch. Mach ihn. Jawohl. Das 6-0. Das 6-0. Das geht hier wie am Schnürchen. Wunderbar. Du fährst. Wir können beide fahren. 6-0. Okay, wir können beide fahren. Gucken wir, was passiert hier. Sehr schön. Die sind beide hinten bei uns. Das heißt, wir haben viel Zeit. Ja, dann mach ihn rein. Okay. Oh. Machen die schon gut. Aber er hat richtig mit Gas reingeschossen in den Ball. Christian. Da kommst du. Guck, du legst ihn vor. Wupps. Sehr gut. Okay, 7-0. Los. Weiter da vorne. Warte, ich leg ihn dir vor. Ja. Oh. Ich mach ihn fast selber rein. Ah. Shit. Ich hole ihn. Ich hole ihn. Weiter. Oh, nein. Erstmal zu null gewinnen. Oh. Ah, nee. Da passt er nicht mehr. Ja, das wird der höchste Sieg jetzt in dem Let's Play. Auf jeden Fall. Jawohl. Da ist der Sieg. 7-0. Flammenwerfer grün. Jetzt anlegen. Schönes Ding. Ja. Dann sind wir uns wieder. So. Zweite Runde startet. Gegen Darby und Jorby. 2006 und 206. Soll ich fahren? Jo, fahr du. Ich bleib hinten. Und? Oh, die Map hasse ich. Hier ist mir viel zu dunkel. Ja, das ist so eine LED-Map. LED. LED, LSD. Ey, der kommt, der kommt. Der kommt, da ist das Ding. Da ist das 1-0. Jawohl. Jawohl. Schönes Teil. Nach 16 Sekunden. So muss das. Okay. Wir werden echt besser in dem Spiel. Also, das ist ja unglaublich. Wir haben echt null geübt. Stimmt. Warte, ich hab hinten, geh du nach vorne. Ja. Ey, du hast ja jetzt grünen Schleim. Warte, warte. Ich hab keinen Boost. Kannst du trotzdem machen? Ja, egal. Ich hab ganz knapp hinter ihm den erwischt. Ja, schön rausgespielt. Vorne vielleicht. Machst du ihn, machst du ihn. Egal. Hab ich den nicht getroffen? Ja, falsche Richtung nur. Ist ja übel sonst. Aber sonst alles gut. Alles gut sonst. Oh, der kommt auf unser Tor. Ja, der wird rausgespielt. Der ist gecleared. Schön. Ja, der kommt. Ja, der geht an Pfosten, oder? Der geht da wirklich noch rein. Ich hab irgendwie gerade zerstört. Ja. Nice. So muss das. Ja. Jawohl. Der geht echt noch rein. Soll ich fahren? Fährst du? Wir können beide fahren. Offensiv das Spiel. Okay. Offensiv jetzt. Oh, nee. Kam ich nicht mehr hin. Oh, das war ganz schön schlecht. Spielst du nach vorne? Wenn ich ihn bekomme. Ja, ich spiele nach vorne. Die sind beide in der Luft. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja. Die sind wieder bei unten. Ah, haben wir nicht bekommen. Egal. Nochmal. Ja, er kommt auf das Tor. Mach ihn. Mach ihn. Mach ihn. Oder er macht ihn einfach. Oder du machst ihn. Ich mach den. Jawohl. Schönes Teil. Schönes Teil. So muss das weitergehen. Schön über ihn rüber gelupft. Ja. Sehr nice. Jetzt wieder beide nach vorne, oder? Wenn Lastern Pauli noch eine Liga schaffen würde, ne? Was? Wenn Lastern Pauli noch eine Liga schaffen würde. Oh, die sind gut. Die sind, glaube ich, vierter gerade. Ja? Ja. Oha. Aber, ähm, wir könnten wirklich mal versuchen, Ranket zu spielen. Ja. Vielleicht noch nicht. Jetzt ist die Idee ja schon. Nicht so gut. Ne, wir könnten es vielleicht mal versuchen. Vielleicht. Oder erst mal ein bisschen hier spielen. Ich würde sagen, wir machen jetzt 100 Parts Rocket League und dann Liga. Ja. Gib Gas. Dann nochmal 100 Parts. Dann Ranked. Der kommt in die Mitte. Da hab ich ihn. Jawohl. Schönes Teil. Schönes Teil. Der fährt voll daneben. Okay. Das ist doch gut. Also nach vorne. Da sind wir jetzt noch mal kurz kommen würde. Könnte ich mich auch selber reinlegen. Oh, was war das denn? Was war das denn, Kai? Hä? Das war abgewartet und dann reingeschossen. Ne, das war ganz komisch. Hier, pass mal auf. Wieso? Stimmt, ich bin da rein vorbeigesprungen. Eigentlich schon. Egal. Tor ist Tor. 5-1. Ey, ich weiß nicht, was jetzt abgeht. Eben 7-0. Jetzt 5-1. Und es sind noch 2 Minuten, um zu spielen. Da ist noch was drin. Vielleicht. Kriegst du den? Jetzt der höchste Sieg. Ja, ich glaube der. Oh nein. Ich hab. Ja, sehr gut. Ich wollte unter den Ball durchfahren. Hat ja gut geklappt. Dann wird mich gerade gerammt. Ja, du mich gerade, glaube ich. Na, rückwärts. Höchste Sieg wäre 9-1. Ja. Ja, wegen Tordifferenz. Ach so. Kannst du verteidigen vorne? Hinten, meine ich. Ja, ja, ich hab den. Ich schieß ihn raus. Oder schießt du ihn raus? Wenn du mir vorlegst. Ja, komm, sofort. Weißt du, bist du da irgendwo? Ah, der war zu hoch. Der hat einen Backprall. Ja. Ich stehe hinten. Was heißt hinten? Vorm Tor. Jetzt bin ich in der Mitte. Jawohl. Da ist das Ding. 6-1. Was ist denn los hier? Oh, das war schlecht. Ich hab mich da ein bisschen verkalkuliert. Der ist für dich. Der ist für dich. Der ist für dich vorm Tor. Ja, warte. Ich krieg den nicht. Daher bist du noch gar nicht. Okay, gut. Kommt, der kommt, der kommt. Ja, ja, ja. Was macht der denn im Tor? Guck dir das gleich mal an. Richtig. Richtig kurz selber rein. Was macht der denn da? Der hat mal kurz ein Salto geschlagen. Nice. 7-1. Die Tore vom letzten Mal sind auf jeden Fall schon drin. Und da ist noch Zeit auf der Ruhe. Und das Ding ist halt wirklich, wir haben einfach die Beispiele hintereinander aufgenommen. Welche Liga sind die eigentlich hier? Welches Level? Semi-Profi müssen die sein. Und ist das ganz schön. Vielleicht sind wir einfach super gut oder sind super scheiße. Eins von beiden. Aber von denen hat noch keiner Rage-Hit gehabt. Das heißt, ich bin noch ohne Butz. Eine Minute. Oh nein. Boah. Nicht bekommen. Scheiße. Weiter geht's. Kommt, der kommt, der kommt. Nee, 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 nee. Warte, ich lege ihn dir vor. Jetzt sollte er kommen. Ja, das wäre es. Hm, Dreck. Daneben gefahren. 30 seconds. Ähm. Ja, den machst du doch. Ah, der hat mich weggerammt. Der Sack. Oh, schon wieder. Hallo. Kommt in die Mitte. Ja. Oh, ich spring halt wieder voll daneben. Zehn Sekunden noch. 4, 3, 2. Jawoll. Nice. Sehr schön. Schön gespielt. Oh, ich hab Iron Blue freigespielt. Nice. Ich würd sagen, bis zum nächsten Mal wieder, Leute. Habt noch einen schönen Tag. Haut raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.